Ich bin YouTube und herzlich willkommen zu einer Runde Badwars auf dem Map Deiner... ja, mit in der Runde sind Xerox und fast Mitte und... ja Blau hat nur noch zwei Spieler, herzlichen Glückwunsch Ich bin insgesamt überrascht, dass wir diese Runde so voll bekommen haben da es gerade 0 Uhr nachts ist und... ja Ich hoffe, dass ich jetzt mal diese Aufnahme hinbekomme und ich entschuldige mich schon mal im Voraus für das Rauschen Ist aber leider nicht zu ändern, ist der Lüfter des Laptops, yay Ich hoffe, ich rede etwas lauter als der Lüfter ansonsten habe ich ein paar Probleme So... Und dann... geht es auch schon los Haben wir ein bisschen Equip und... dann steigt auch schon die Kill-Party Na, ich komme ja schon mit Blocks Ich sag dazu jetzt nix... Weißt du, Xerox hat einfach nur... Ne, weil... ach Gott egal, ich sag dazu nix... Zwei Leute im Team mit nem Scheiß-Ping Mich und Fass-Mitte Tut mir leid Und selber hat er meistens auch nicht den Besten Naja... Ach, er hat schon Bo gemacht... Ach, er hat schon Bo gemacht... Ich wäre dafür, dass ich jetzt mal ein Bett hole Und dann aber alles rausgebe. Och... Kaffee, Kaffee, Kaffee Kaffee... ... Dank Waffe. Loll. Mit 24 FPS. Ich zog halt mit so wenig FPS, Alter, und mach hier solche Hits, Alter, das ist so unlogisch. Das ist so mega hart unlogisch. Nein, egal. Ach fuck. Ich dachte, ich könnte jetzt durchwaschen. Aber naja, egal. Wie gesagt, ich bin grad wieder hart am Vorproduzieren. Und ich hoffe, mit so einem kleinen Video seid ihr fürs Erste zufrieden. Ich sitze hier wirklich gerade um 0 Uhr und nehme noch was auf. Mein Vater wird ausrasten, wenn er mich jetzt hören würde, deswegen bin ich halt so leise. Tut mir leid. Nicht, dass ich unerlaubt zocke, aber ist halt trotzdem spät und der wird halt auch sein Schlaf, ne? Kann ich ja auch verstehen. Gelb ist raus, grün sollte kein Gold saven. Scheiße. Keine Scheiße. Es ist uhr. Performance. Lazy Shunk Loading. Vielleicht kriege ich jetzt mit einem etwas schnelleren Respawn hin. Ja gut, er gibt ihm halt die Schelle Dann gehen wir mal auch direkt auf grün Denn langsam wird es mir ein bisschen zu heikel mit denen Ja gut, er hat halt einfach ein Eisenschwert, ne? Sounds logic Why not? Okay, spawnen wird dadurch nicht gerade schneller Gut, jetzt höre ich ja gerade Und Xerox hat das Bett GG Ein Killer da auch noch Der andere ist gestorben GG 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 Er löscht einfach komplettes Team aus, Alter Wenn ich jetzt das schaffe durchzugiegeln, bin ich irgendwie stolz auf mich Meine Nase juckt scheiße GG 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 UT Ich weiß nicht, ich habe mir lieber einen Bogen und eine Iron-Picke, als Waffe sogar. Warum man es glaubt, oder nicht? Aber sie wird reichen. Oh, ich darf das Pad machen. Wie sweet. Ich sag dir, wenn er mich runterschießt, ne? Wie still denn? Ach Gott, wie gelassen man doch so spät ist. Keine Hektik. Soviel dazu. Er spammt halt den halben Tag auf ihn. Er hat da halt nur Chest, Alter. Ja, das war's dann mit dieser Runde Badwoss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020